Deutschlands Tage als Industriemacht sind gezählt und das Land scheint dem Untergang geweiht. Was da dran ist und wie schlimm die Lage wirklich wird, darüber spreche ich jetzt. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Und mit diesem Video revanchiere ich mich bei all denjenigen, die mir in den letzten Wochen und auch Monaten geschrieben haben, wie denn so meine Einschätzung zum aktuellen Stand der deutschen Wirtschaft ist und ob all diejenigen, die den Untergang, den wir, muss man sagen, teilweise momentan in ersten Auszügen, ich drücke mich wirklich vorsichtig aus, den wir sehen, ob man den so linear fortschreiben kann und ob in Deutschland eigentlich alles, ich sage es jetzt mal frei heraus, im Arsch ist oder ob es da überhaupt noch Hoffnung gibt. Wenn man mal so durch die mediale Berichterstattung aktuell durchschaut, dann gibt es relativ wenig Platz für Hoffnung. Mal erster Artikel, stammt von Focus Online, Überschrift, SAP, Continental, Miele, die große Streichliste. Diese deutschen Konzerne bauen mehr als 40.000 Stellen ab. Man kann die Liste oder die drei Unternehmen, die wir hier gesehen haben, natürlich weiterschreiben. Also sei es jetzt Focus oder die Wirtschaftswoche oder die Bild-Zeitung oder FAZ oder Handelsblatt. Also man findet fast täglich ein Unternehmen, was in Deutschland entweder einen Teil der Produktion verlagert oder komplett zumacht oder verkauft wird, weil die Unternehmer einfach sagen, es lohnt nicht mehr hier in Deutschland zu produzieren. Werden wir auch gleich nochmal darauf eingehen. Und genau diese desolate Lage des Staates hat dazu geführt, dass Bloomberg einen Artikel geschrieben hat oder gebracht hat, der mich zu diesem Video inspiriert hat. Blende ich euch auch mal ein. Stammt wie gesagt von Bloomberg, Überschrift, Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt. Unterpunkte, die Energiekrise bedeutete für viele Betriebe den Todesstoß. Das politisch gelähmte Berlin scheint kein Rezept zu haben. Und was noch dazu kommt, sind die Ausläufe der amerikanischen Gewerbeimmobilienkrise, hatte ich ja jüngst in dem Video thematisiert. Und damit verbunden auch die Angst, ob hier in Deutschland und auch im weiteren Sinne in Europa noch mehr Banken betroffen sein könnten. Im Übrigen, wenn ihr euch da etwas Sorgen macht, weil ihr vielleicht bei einer Bank seid, die im Rahmen der US-Gewerbeimmobilienkrise genannt wurde. Ich denke da so an die Deutsche Pfandbriefbank, weil die ja lange oben in den Tages- und Festgeldvergleichen war. Und ich dazu auch schon ein paar Zuschriften bekommen habe, ob man da sein Geld noch lassen sollte. Einblendung und Link unten drunter zu meiner jüngsten Podcast-Ausgabe. Hört da gerne mal rein, weil ich darüber spreche, wie die deutschen Banken gerade so dastehen und vor allem, wie die deutsche Einlagensicherung, aber auch die Einlagensicherung von Privatbanken oder auch von Sparkassen oder auch von Reifeisenbanken so funktioniert. Ob man da Ansprüche hat oder nicht, welche Beträge es gibt, die abgesichert sind oder nicht. Da wird sich in den nächsten Jahren auch ein bisschen was tun, dass die Beträge, die abgesichert sind, verringert werden. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr euch Sorgen macht, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand. Und ich habe es gesagt, in der Tat, diejenigen, die Deutschland aktuell, und kommen wieder zurück zum Thema kritisieren, dass hier der Untergang eingeleitet wurde oder in Kürze bevorsteht, die haben zumindest ein paar Punkte, weil wenn man mal auf die wirtschaftlichen Kennzahlen Deutschlands drauf sieht, dann sind da durchaus besorgniserregende Fakten, die einem Sorge machen müssen, auch wenn ich mich wiederhole, noch eine Einblendung, stammt von Bloomberg und zeigt mal die Industrieproduktion Deutschlands. Und wie ihr seht, so begonnen 1991, kannte die deutsche Industrieproduktion nach einer kurzen Schwächephase eigentlich nur den Weg nach oben. Dann gab es einen Abschwung, das war die Finanzkrise. Und dann ging es eigentlich wieder nach oben bis so kurz vor Corona, wo die Industrie dann begonnen hat, auch schon 2018, 2019 zu schwächeln. Und das war so der Punkt, das seht ihr auch gut in der Grafik, ab dem die deutsche Industrieproduktion nach unten ging. Und das ist also ein Beispiel, wo viele sagen, naja, kein Wunder, weil in Deutschland die Parteien, die regiert haben und die Bürokratie, die wir in Deutschland haben und die Regulierung, kann ich als Unternehmer alles unterschreiben. Das sind einfach alles Faktoren dafür, dass Unternehmen sagen, okay, vielleicht lassen wir noch ein bisschen was in Deutschland da, aber wir verlagern tendenziell die Produktion, weil wir hier in Deutschland einfach nicht mehr produzieren können. Also es ist ein Punkt zu sagen, die deutsche Industrieproduktion geht zurück und eine Art Deindustrialisierung findet wirklich statt. Noch eine Einblendung, stammt ebenfalls von Bloomberg. Auch großes Problem, wisst ihr sicherlich alle, sind die Strompreiskosten und die Energiekosten hier in Deutschland. Wenn ihr mal schaut, ganz oben in blau, nicht Deutschland, das sind die Italiener. Aber gleich darunter in schwarz Deutschland. Und wie ihr seht, wie die schwarze Linie so nach oben geht, das sind nicht die Umfragewerte der CDU, CSU, sondern das ist die Entwicklung der Strompreise, die Unternehmen in Deutschland bezahlen. Also in Deutschland haben die Strompreise deutlich angezogen, was ja kein Wunder ist, weil wir jahrelang subventioniertes Gas aus Russland hatten, teilweise unter Weltmarktpreis. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir müssen in den USA LNG kaufen, wir müssen in Katar LNG kaufen, vielleicht bald in Australien. Ist natürlich super teuer. Und wenn ihr mal schaut, ein paar Länder unten drunter, also beispielsweise Spanien, Polen, Frankreich oder Dänemark, da ist es zumindest etwas günstiger für Unternehmen zu produzieren als in Deutschland oder auch in Italien. Und das bringt natürlich auch die Überlegung, wie beispielsweise, war es jetzt, jetzt fällt es mir nicht mehr ganz ein, aber vielleicht korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es waren Miele, die nach Polen gehen, es waren einige andere, die nach Polen oder nach Rumänien gehen. Klar, wenn ich da etwas bessere Industriestrompreise habe oder generell Energiepreise habe, gehe ich halt natürlich da gerne hin. Also auch da ist ein Punkt. Und was wirklich spannend ist, ist eine Umfrage vom letzten Jahr, die auch Bloomberg durchgeführt hat unter deutschen Unternehmen, was denn so die Gründe sind, Deutschland zu verlassen. Und diese Gründe, die da genannt werden, sind eigentlich gleich wieder eine Art Anleitung für die Regierenden in Berlin, genau diese Gründe zu beheben, damit die Industrie hier bleibt. Ich blende es euch mal ein. Ihr seht anhand der Umfrage, ganz oben ist, na, ich erkläre es euch mal anders. Ihr seht, hier ist eine Umfrage und ihr seht ganz rechts in grün und blau, das sind so die Faktoren, die am schwerwiegendsten sind, Deutschland zu verlassen. Und je weiter nach links wir gehen, so in den gelben Bereich, dann sind es Faktoren oder Leute, die gesagt haben, ist für mich kein Grund, Deutschland zu verlassen. Und ihr seht ganz oben die Energiesicherheit und auch die Kosten. Das sind also viele grüne Flächen, das sind dunkelblaue Flächen. Und das bedeutet also, dass das ein ganz großer Punkt ist für Unternehmen, weg aus Deutschland zu gehen. Zweitwichtigster Faktor sind die Arbeitskosten. Das heißt, deutsche Arbeitskosten sind zu hoch, die Leute sind möglicherweise für, ich sage mal ganz vorsichtig, für die hohen Arbeitskosten zu unproduktiv. Also gehen Unternehmen weg, wo sie arbeiterähnlicher Qualität finden, aber halt eben deutlich billiger. Nächster Grund, besseres Marktumfeld, auch ein Grund aus Deutschland wegzugehen. Dann weniger Bürokratie und Regulierung. Wie gesagt, als Unternehmer kann ich euch ein Lied davon singen von Bürokratie, Genehmigungsverfahren. Als Investor, der Immobilien hat, kann ich euch auch ein Lied davon singen. Also Deutschland ist da schon richtig, richtig schlimm geworden. Dann haben wir Zugang zu Rohstoffen. Als nächsten Punkt Investment Conditions. Das sind also Investitionsbedingungen, Anreize und auch natürlich Subventionen, die andere Länder gewähren. USA wären da genannt oder zu nennen mit dem Inflation Reduction Act, der ja viele Firmen anlockt, weil es einfach viel bessere Konditionen in den USA gibt. Bessere Energiepreise und natürlich noch viel Geld von der Regierung in den USA. Aber nur, und da machen viele den Fehler, das über einen Kamm zu scheren, diese IRA, dieser Inflation Reduction Act gilt nur für Industrien, die die USA es zukunftsfähig erachten und die sie brauchen können. Nicht für irgendwelchen alten Industriemüll, den vielleicht keiner mehr haben will. Also da muss man auch wirklich unterscheiden. Dann logistische Verbindungen sind ein Grund, Deutschland zu verlassen, aber kein so großer Grund mehr. Dann Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften und am Ende De-Risking. Das ist also das große Thema zu sagen, okay, ich gehe aus Deutschland weg, weil ich mein Risiko einfach verlagern will. Wer weiß, ob hier mal wieder die Energiepreise komplett explodieren, wie im vorletzten Winter. Also deswegen gehe ich woanders hin. Aber das sind mal so die Gründe von oben nach unten, wo man in Berlin eigentlich sagen muss, da werde ich hellwürdig, weil da weiß ich ja, warum Unternehmen gehen. Also müsste ich dagegen steuern. Das Spannende ist jetzt allerdings, in Anbetracht der desolaten Lage, die ich euch genannt habe, muss man schon unterscheiden, dass all das, was ich jetzt genannt hatte, nicht unbedingt den Großteil der deutschen oder der deutschen Wirtschaft, muss ich sagen, betrifft. Weil der größte Teil der deutschen Wirtschaft wird wiederum aus Dienstleistungen zusammengesetzt und verdient. Und da ist es jetzt zwar schon ein Faktor, wie hoch sind die Energiekosten oder auch wie hoch ist die Regulierung, aber man kann das sich schon mehr oder weniger in vielen Bereichen lange durchmobeln, weil man ja eine Dienstleistung erbringt und eben nicht eine riesige Fabrikhalle hat, wie jetzt Thyssenkrupp, wo irgendwie Stahl geschmolzen und dann wieder gegossen wird. Und deswegen muss man sagen, all diese desolaten Faktoren oder all diese negativen Faktoren, die die desolate Lage der Industrie in Deutschland befeuern, sind im verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie zu finden. Das heißt, die Einblendung, die ihr jetzt hier seht, die stammt vom Statistischen Bundesamt und zeigt mal den Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung eines Landes. Und was sich hier sehr schön zeigt, ist, dass in Deutschland die Bruttowertschöpfung der Industrie bei 20,2 Prozent liegt, basierend auf den letzten Daten, die bis 2021 vorlagen. In anderen Ländern, beispielsweise Polen, ähnlicher Wert wie in Deutschland, aber wenn wir dann nach unten gehen, Frankreich nur noch 10 Prozent. Im Übrigen in den USA ist die Bruttowertschöpfung der Industrie ebenfalls bei etwa nur noch 10 Prozent. Das heißt, die Fakten, die ich euch genannt hatte, die die Industrie betreffen, betreffen aktuell ein Fünftel der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Das heißt, 80 Prozent der Unternehmen sind in anderen Bereichen tätig, sind sicherlich auch indirekt oder direkt betroffen, aber nicht so heftig wie die Industrie. Also wenn wir immer von diesem wirtschaftlichen Untergang sprechen oder wenn viele, die darauf ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben, von diesem wirtschaftlichen Untergang Deutschlands sprechen, dann ist da die Industrie gemeint, die nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Fünftel des BIPs ausmacht. Natürlich hängen da Arbeitsplätze dran. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber die Frage, die ja jetzt reinkommt, ist, dass Deutschland eine relativ hohe Bruttowertschöpfung hat verglichen mit anderen europäischen Ländern oder auch mit Ländern wie die USA oder wie den USA. Und genau da kommt ja die Frage rein, ob wir jetzt in Anbetracht all der Probleme, die wir haben, das nicht linear weiterschreiben zum Weltuntergang oder zum Untergang Deutschlands, sondern sagen, das kann auch eine Chance sein, um den Industriewandel oder besser gesagt den Strukturwandel, den wir jetzt sehen. Das ist eben nicht, wie Politiker oft sagen, irgendwo eine konjunkturelle Delle, sondern wir sehen hier wirklich einen Strukturwandel. Ob wir den zulassen, ob die politischen Entscheider auch den Mut haben, wie Gerhard Schröder eine Art Agenda 2010, jetzt vielleicht eine Agenda 2030 oder wahrscheinlich reicht die Zeit nicht, vielleicht eher 2035 zu schnüren und zu sagen, okay, wenn wir den industriellen Wandel zulassen und die Industrie wird in Deutschland weniger, aber wir stellen die Weichen so, dass wir andere gute Branchenunternehmen reinbekommen und eben weniger von der Industrie abhängig werden, wie Länder wie Frankreich oder die USA und damit auch weniger abhängig sind von großen LNG-Importen oder sonstigen Importen von Energie, weil wir einfach weniger benötigen, dann kann das eine Chance sein. Ich weiß, viele werden jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, Sebastian, du liegst da total falsch, weil warum sollen wir die Industrie oder den Wandel zulassen? Ja, weil es Wandel immer gab in der Historie. Also jetzt ist auch eine Chance, die man ergreifen kann, um Wohlstand aufzubauen in den nächsten Jahren. Wichtig ist aber, dass diese Chance erkannt wird, dass diese Chance auch flankiert wird, durch die richtigen Weichenstellungen, durch die richtigen Entscheidungen, durch die richtigen Branchen eben weg von der Industrie hin zu zukunftsfähigen Unternehmen, die deutlich weniger Energie, um das Beispiel mal zu nehmen, benötigen, aber viel mehr Wohlstand aufbauen. Also in den USA haben wir ja die großen Tech-Konzerne, da haben wir in Europa, ja, wir haben ein bisschen SAP, das hatten wir mal bei der Dip besprochen, aber wir haben eigentlich sonst gar keine großen Tech-Konzerne. Also da müssen die Weichen gestellt werden, dass hier entbürokratisiert wird, entreguliert wird, dass sowas auch in Europa entstehen kann. Und dann kann man diesen Strukturwandel durchaus zulassen und dem positiv begegnen. Momentan ist es aber eher so, die Industrie wandelt sich, wandert ab, muss man besser sagen, aber es ist kein Plan da, wer danach folgen soll. Und das ist doch das große Problem. Aber ich möchte einfach mal auch die Gegenrede halten, zu sagen, wir haben große Probleme in Deutschland, aber es ist nicht zu spät zu sagen, dass wir jetzt voll in den Untergang reinrennen, sondern es können immer noch die Weichen richtig gestellt werden. Aber die müssen jetzt gestellt werden. Und da muss ich sagen, wenn ich die mediale Landschaft mal verfolge, wie so Robert Habeck, der mittlerweile eingesteht, dass auch die Lage in Deutschland dramatisch schlecht ist oder die wirtschaftlichen Zahlen dramatisch schlecht sind. Auch Christian Lindner, der ja in Davos gesagt hat, Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, sondern eher der müde Mann Europas, der einen Kaffee braucht. Also Deutschland braucht schon mehr als einen Kaffee. Deutschland braucht wirklich eine politische Unterstützung, dass es vorangehen kann. Und dann kann es auch sehr, sehr positiv werden. Und dann kann sogar, ich weiß, das werden viele nicht glauben, die aktuelle Regierung, wenn sie die richtigen Weichen jetzt stellt und wenn sie sagt, wir brechen den Koalitionsvertrag auf und früher, dann machen wir mal ein neues Maßnahmenpaket rein, dann kann die Regierung sogar positiv wieder wahrgenommen werden. Aber da muss eben was getan werden. Und danach sieht es momentan nicht aus. Ich hoffe aber, und lasst da gerne einen Kommentar da, dass der Druck jetzt im Kessel so hoch ist, dass die politischen Entscheider gezwungen sind, die richtigen Weichen zu stellen und eben sich nicht mehr verstecken können hinter Sondervermögen oder sonst irgendwelchen Floskeln, sondern wirklich handeln müssen. Und wenn wirklich gehandelt wird, dann, wie gesagt, bin ich da nicht so pessimistisch gestimmt wie viele andere Zeitgenossen. Aber wir werden sehen. Also wir werden sehen, was da passiert. Die Zeit drängt. Es ist noch nicht am Rande oder wir sind noch nicht ganz an der Klippe, aber wir müssen jetzt wirklich handeln. Schön, dann war es das jetzt wirklich für dieses Video. Lasst mir gerne viele Kommentare da, wie ihr die Situation in Deutschland aktuell seht. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.